Moin aus Pilsum. Ja, wir möchten Ihnen heute gerne unser neues Objekt vorstellen, das sehr schön in Pilsum gelegen ist. Eine Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1927. Das Objekt hat vier Zimmer, zwei Badezimmer und ich nehme sie jetzt mit auf einen kleinen Rundgang. Zunächst haben wir hier eine kleine gemütliche Küche. Da ist noch eine Küchenzeile verbaut, die man durchaus noch nutzen kann. Gegenüber liegt ein Raum. Das war zuletzt ein kleines zweites Wohnzimmer, ist aber natürlich auch nutzbar als Arbeitszimmer oder als Schlafzimmer. Hier über den Flur. Hier ist der Heizungsraum. Das Objekt ist mit einer Gasterne ausgestattet. Jetzt hier weiter in einen sehr schönen großen Raum. Wohnzimmer. Hier geht es über eine Stufe weiter nach oben. Da kann man sich wirklich großzügig ausbreiten. Geradeaus geht es in einen kleinen Garten bzw. eine Terrasse. Hier links ist das erste Badezimmer. Das ist ein Duftbad. Ganz zeitlos gehalten in weiß. Dann nehme ich sie einmal mit nach oben. Treppe nach oben. Oben ist auch nochmal ein größerer Flur. Hier befindet sich jetzt das zweite Badezimmer. Ebenfalls mit Dusche ausgestattet. Hier nebenan ist nochmal ein großzügiges Schlafzimmer. Hier ist noch ein kleines WC untergebracht. Und hier finden Sie noch einen weiteren großen Raum, der auch ideal als Schlafzimmer genutzt werden kann. Genau. Ja, das war es soweit. Im Außenbereich finden Sie auch noch eine Garage. Und wie gesagt, nur ein sehr kleiner Garten, also sehr pflegeleicht. Insgesamt ist das Objekt dadurch natürlich ideal als Ferienobjekt geeignet, weil man sich nicht intensiv um Gartenpflege kommen muss. Ja, wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann nehmen Sie doch Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Viele Grüße und einen schönen Tag wünscht das Ahoi-Team. Jumsler ist eine Karte auf das糖r Baum- Sugie daddy. Viele darker miniature erf vuelden ja sonst noch hier bei einem Jean webpage.